Was genau ist eigentlich eine Szenenanalyse? In unserem Video lernst du Schritt für Schritt, wie du bei der Szenenanalyse eines Dramas vorgehst. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Bei der Szenenanalyse dreht sich alles um eine Szene aus einem Theaterstück. Dein Ziel ist es, dem Leser einen genauen Überblick über deine Dramenszene zu verschaffen. So kann er am Ende die Szene in ihrem Inhalt, ihrer Sprache und ihrer Bedeutung für das gesamte Drama einordnen. Die Szenenanalyse ist in Einleitung, Hauptteil und Schluss gegliedert. Mit deiner Einleitung versuchst du das Interesse deines Lesers zu wecken, zum Beispiel durch eine provokante Frage oder ein Zitat. Danach informierst du über die wichtigsten Punkte deiner Szene. Dazu zählen der Autor, die Dramenart, also zum Beispiel Komödie oder Tragödie, das Jahr der Veröffentlichung, der Name der Szene, Handlungsort und Zeit und das Thema deiner Szene. Damit verschaffst du dem Leser einen ersten Überblick über deine Szene und bereitest ihn perfekt auf den Hauptteil vor. Sehr gut! Deinen Hauptteil gliederst du in vier Abschnitte. Dazu gehört als erstes der Inhaltskern. Damit der Leser erfährt, worum es in deiner Szene geht, fasst du jetzt die Handlung knapp zusammen. Dafür reichen ein bis drei Sätze schon aus. Anschließend gibst du den Aufbau der Szene in Sinnabschnitten wieder. Mit Sinnabschnitten sind Textabschnitte gemeint, die durch unterschiedliche Gedanken oder Themen voneinander getrennt sind. Neue Sinnabschnitte erkennst du zum Beispiel am Auftritt von weiteren Figuren oder einem Themenwechsel im Gespräch. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Das kannst du an der Stelle unbedingt beantworten. Danach widmest du dich der Figurenkonstellation. Du kannst sie auf etwa eine halbe bis ganze Seite beschränken. Durch deine Figurenkonstellation sollte deutlich werden, welche Charaktereigenschaften und welche Beziehung die auftretenden Figuren zueinander haben. Super, jetzt folgt schon der Kern deiner Szenenanalyse. Die sogenannte Gesprächssituation. Wie der Name schon sagt, untersuchst du darin Inhalt und Sprache des Gesprächs. Dafür ist erst einmal die Gesprächsform wichtig. Handelt es sich um einen Dialog oder Monolog? Und wie sind die Redeanteile der Figuren verteilt? In der Gesprächssituation machst du deutlich, wie sich die Figuren zueinander verhalten, was sie sagen und warum sich die Figuren so verhalten. Aber auch die Sprache solltest du dir genauer ansehen. Wichtige Textstellen werden oft mit Stilmitteln hervorgehoben. So kann zum Beispiel ein Ausruf einer Figur ein Hinweis auf einen starken Gefühlsausbruch sein. Sehr schön. Deine Szenenanalyse ist jetzt schon fast komplett. Der Schluss dient dazu, deinen Aufsatz abzurunden. Das gelingt dir, indem du die Ergebnisse deines Hauptteils noch einmal knapp zusammenfasst. Wenn du besondere Schwerpunkte in deiner Szenenanalyse gesetzt hast, solltest du die Fragen nun abschließend beantworten. Für eine Szenenanalyse ist es wichtig, dass du die Stilmittel richtig erkennst. Wenn du darin noch nicht fit bist, dann schau dir schnell noch unsere Videos dazu an. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.